So, na, Wayne und Niki, ihr müsst natürlich jetzt den Stream stoppen, ne? Das wäre wunderbar. So, die sind aber auch, ne? Genau, die sind beide, die sind beide, äh, Hunter. Jetzt bin ich mal gespannt, was holen wir uns denn da Schönes. Uiuiuiuiui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das wäre schon nice. Oh, oh. Ich hoffe, die ahnen das nicht. Okay. Okay. Uiuiuiui, da innen hat jemand das Mikro... Oh Gott, da hat jemand... Lilly hat da Trampolin benutzt. Ich glaube aber ungewollt. Posi ist fies, ja. Aber, also, ich meine, also, ne? Hier, snipen. Warum hat das so gut gepasst? Als wir das Ding abgeschossen haben, hat er einfach gefurzert. Blue-Fan-Kugel, danke für den Sub, herzlich willkommen bei uns in der Stream-Bunde, dankeschön. Alter, was für ein Zufall, ey. Was ist denn heute hier wieder los in diesem Stream? Das ist ja unfassbar, ey. Das kippet doch nicht. Meine Herren, ey, meine Damen. So, wo ist denn der andere? Die andere Kampfkugel. Ah, der, da hinten. Snipen. Snipen. Jawohl. Geil. Wir haben's gesnipet. Wir haben's gesnipet. Wir haben's gesnipet. So, rechts. Direkt beim Speedy. Oh, ich glaube, da wurde jemand entdeckt. Wir snipen. Speedy, lauf weg. Lauf weg. Ach, schade. Oh, Speedy ist down. Der erste wurde gefunden. Oder der zweite schon? Weiß ich gar nicht mehr. Snipen. Snipen. Bleib mal noch ein bisschen stehen, Niki. Warte doch kurz. Oh. Sehen die das eigentlich, wenn die Dinger so angeflogen kommen? Snipen. Boah. Wie schnell. Jawohl, der hat gepasst. Ich glaube, der hat sogar auch noch gepasst. Der Wind ist ganz stark auf einmal. Ganz stark ist der Wind. Oh Gott, ist der Wind stark. Ach, du Scheiße. Was ein... Oh Gott, was ein starker Wind. Oh Gott. Oh Gott, das war sehr dumm. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss ganz dringend weg. Es ist wirklich dringend. Oh Gott, Hilfe. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte niemanden in den Tod stürzen, Mann. Das wollte ich nicht. Ich musste weglaufen. Oh Gott, könnt ihr mal bitte weggehen. Oh Gott, Hilfe. Das gibt es doch nicht. Pssst. Pssst. Wir sind nur eine Kanonenkugel, die sich verirrt hat. Ganz, ganz, ganz blöd. Nur eine blöde Kanonenkugel. Ganz doof gelaufen. Oh Gott. Hehehe. Alter. Das gibt es doch nicht. Das ist so knapp. Wir sind nur ein Stein. Wir sind nur ein Felsen. Oh Gott. Entschuldigung. Er ist mir rausgerutscht. Oh. Oh. Ich will gar keinen mit reinziehen. Ich will das gar nicht. Wirklich. Oh Gott. Warum springe ich denn? Bist du blöd? Oh Gott. Das ist so knapp, ne? Das ist so knapp. Vier Minuten noch. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Wirklich. Aber es ist spannend. Es ist wirklich knapp. Ob ich mit dem Boot da weglaufen kann? Bestimmt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dieses Sub-Sound. Es ist so falsch. Es ist so falsch. Es ist so falsch. Oh Gott, wenn der mich jetzt, wenn er auf mich schießt, dann ist es vorbei. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ah, okay, das war der Sound. Das war der Sound. Scheiße. Kacke, ey. Ach, Mano. Lili macht es richtig, ne? Da oben war noch gar keiner von den beiden. Ja, ja, du machst das wunderbar. Du machst das wunderbar, ey. Alter. Vanessa, was hast du? Oh, schön angepasst. Schön angepasst, muss ich sagen. Was haben wir hier? Ja, auch schöne Position. Ganz nett. Und hier? Oh, die Tarnung. Die Tarnung ist alles. Auch sehr nett. Könnte man vielleicht drauf kommen, aber sehr nett. Oh, na, wen macht hier Parcours? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, was hier passiert. So, der das. Als Birne unter der Treppe. Oh, oh, das ist ein Alter. Das ist halt eine harte Posi, ne? Also, wer den da findet, Hut ab, ey. Wie die alle campen. Ja, was sollen die machen? Die haben sich halt versteckt. Das gehört zum Spiel. Michael, der ist hier, der ist hier, der ist hier außer sich vor Freude. Der wird gleich am liebsten in die Luft gehen. Ganz andere, außer sich andere Spieler. Ja, das stimmt natürlich. Ich darf nicht zu, ich darf nicht zu lange bei irgendwelchen, oder direkt bei denen sein. Das will ich auch gar nicht. Du hast natürlich recht. Das stimmt. Ich will da niemandem verraten, was ich ja bestimmt bisher noch gar nicht getan habe. Oh, schön. Aber es macht so Spaß, ey. Das wird so ein gemeinsames Spiel. Das ist so lustig. Das ist richtig. Das macht richtig Laune, ey. So, danach werde ich, glaube ich, noch eine Runde machen. Und dann, glaube ich, danach machen wir dann so langsam, aber sicher Schluss. Weil ich muss ja auch irgendwas mal ins Bettchen, ne? Das ist ja, ui. Da war der Wind. Ja, sehe ich ja, der Wind. Metro, abends, danke für drei Monate. Und Chip, 175, äh, 157, danke für den Zap. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Support. Oh, wann ist er? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Ja, Wayne hat dich leider gefunden. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, der, das, der wird, der, das, der wird niemals gefunden werden, Alter. Safe nicht. So, jetzt wird es natürlich... Oh, Michael wagt hier die Offensive. Blöd gelaufen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was? Das hat er nicht gesehen? Alter, Michael, was machst du da? Was machst du da? Du fand cool, wurde jetzt auch entdeckt. Oh nein, oh nein, Michael, das... Oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, komm schon. Weg. Bleib stehen, nein. Sie hat es nicht gesehen. Oh Gott, nach wen kommt das jetzt auch noch dazu? Jetzt wird es richtig hart. Das Duell der Mods. Das Duell der Mods. Oh Gott, Michael. Mann, 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 Mann. Blöd gelaufen. So, Lilith macht natürlich einen ganz entspannten, ganz safe, ganz klar. Schickt ihr ihre Buddies raus. So, nach wen, der das... Oh, oh. Jetzt hat er die Spur. Jetzt hat er die Spur Aber er hat natürlich keine Ahnung Oh, 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 oh Wird er vielleicht doch gefunden werden? Na, wer denn? Der riecht da auf jeden Fall was Der hat da auf jeden Fall was in der Nase drin Oder? Ne, doch nicht Alter, wie viel Glück Das interessiert den gar nicht Der geht einfach weg Der hört einfach auf Unfassbar Unfassbar Also Lili ist natürlich mit der Position am besten Weggekommen, glaube ich Mega nice gemacht So, Michael, jawohl, Michael Schönes Auge, hast du Geile Augenfarbe, was er macht? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Michael Komm, lass uns kuscheln Jawohl Komm, Michael Wir machen das jetzt Auf geht's Auf geht das Ich bin ready Huch Was ist hier denn los, Alter? Hallo Hier ist ein Ball Wo würde man sich verstecken? Wo Würde man sich Verstecken? So, Michael Ich bin mal gespannt, ob du drauf hast Also du hast es ja drauf Weiß ich Keiner da Huch Wer sich jetzt Falls sich jetzt wer wundert Was das für Sounds sind Das sind diese Alert Sounds Entschuldigung So Irgendeiner wird doch locker Hier am Rand Was kommt denn da Wie geht das denn? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Geh mal Da bitte drauf Okay Geht nicht Oh Sag mal Ah, danke Es war halt wirklich Diese Flasche Das gibt's ja wohl nicht Eve, Entschuldigung Es tut mir leid Es tut mir wirklich leid Ich hab einfach die Flasche nicht getroffen Ein Bild Alter, der sieht aus wie der Typ von Spongebob Wie man hier überall klettern kann Holy shit, ey Hui Wo haben wir denn hier? Oh, wo haben wir denn hier? Hallo Guck mal Oh Gott, nein Nicht diese Bären Ich hasse sie Bitte Kann man die Bären nennen? Ich glaube nicht Da muss im Boot jemand sein Hier muss jemand sein Hier muss jemand sein Aha Wie ist so ein Teufel? Wie geht das? Hier muss doch jemand sein Das gibt's doch nicht Nein, hör auf Bitte Ich hab Angst Keiner hier Alter Alter Ich lass das mal kurz aus Ich lese das gleich nach, Mike Aber dankeschön Glücklich Jawohl Jawohl Nice, Michael Ach man, diese Bären Ohne Scheiß hier Das kann ja wohl nicht wahr sein hier Was soll das eigentlich? Doch, 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 doch Doch Hä? Das gibt's doch nicht Wie geht das? Wie kannst du da Diese Dinger runter machen Aber hier geht's nicht ins Wasser, ne? Da war auch keiner Keiner da Hier oben vielleicht Nö Hä? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Jawohl, Alter Michael Auf die ist halt verlassen Wow Guck mal, wie da die ganze Zeit Wie da die ganze Zeit So Dinge rausfliegen, ne? Die fliegen die ganze Zeit hier rum Wie geht das? Oh, zutupum Wo seid ihr? Nee Nicht der Bär schon wieder Das ist doch scheiße Auch keiner hier Drin Das gibt's doch nicht Das kann doch wohl nicht wahr sein Wokzote Pim Keiner hier Wie sieht's hier aus? Hallo? Jemand zu Hause? Vielleicht? Nö Kein Bock oder wat? Reicht mir mit euch Wokzote Pim Ey, ich finde nix Ich finde niemanden hier Warum ist hier ne Trump? Warum ist hier so ein Ah ja Ah ja Aha Lass es sein Komm her Hör mal Da hab ich kurz mal eben hier Äh, muss ich mal kurz Entschuldigung Das war jetzt aber auch nicht nett Das war aber jetzt Äh, nicht so nett versteckt Ne? Komm Noch einen Noch jemanden Ich brauche hier noch jemanden Komm Findet halt nix Ne, das Bild ist runtergefallen Das war ich vorhin Der findet hier nichts Was ist denn das Hühnchen? Was soll das Scheiß? Du musst noch ein bisschen was finden Hier Ist doch kacke Warum fliegt da die ganze Zeit Was von der Decke runter? Wie geht das? Ich will das auch können Aber da fliegt bei mir Nie was von der Decke runter Ich will doch einfach nur Gar nichts Gar nichts Wie fliegen hier die Drahten Die Dauer runter Wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja, Baby Ah ja Speedy Find ich okay Was war das? Ist das hier? Nix Gar nichts Michael Michael Wir müssen uns ein bisschen ranhalten Mein Freund Sonst wird es ein bisschen tricky hier Oh Mann Da war ein Kuchen gerollt Entschuldigung Da war ein Kuchen gerollt Vier noch Vier Scheiße Vier noch Michael Wir sind auf jeden Fall Egal was passiert Wir haben ein gutes Ergebnis Ja Wir haben wirklich ein gutes Ergebnis Michael Wir können stolz auf uns sein Ja Wir haben das super gemeistert Hier als Team Ist gar kein Problem Michael Wirklich Ne Ihr auch wieder nicht 40 Sekunden Da oben vielleicht War da schon jemand Nice Geil, Michael Geil Ich glaube nicht Ich glaube nicht Wo? Wo? Och komm schon Nicht dein Ernst Du scheiß Kolonkugel Ich habe die noch bekommen Ich weiß zwar nicht wie viele Wie viele wir geschafft haben Aber wir haben ein paar geholt Glaube ich War eine nice Runde Ey Huiuiuiui Oh Die war ganz knackig Aber ich glaube ich würde auch Ganz gerne nochmal eine Als Verstecker Also als Mich verstecken Weißt du? Das können jetzt random Einfach Hunter sein Also Wieder zwei Wäre super Damit ihr bescheiden wisst So kann ich das So kann ich das nicht benutzen Let's geht's Bis zum nächsten Mal.